ok dann mache ich das hier genau irgendwie irgendwie ist das auch nicht so so sehr sehr erfolgreich gewesen heute aber es hat trotzdem spaß gemacht ich hoffe ihr hat auch euren spaß uns zuzuschauen und wir sehen uns bald im nächsten battle royale bis bald danke ciao hast du sehr fein gemacht ich glaube du warst jetzt noch drin ich habe meine markierung gesetzt okay dann spreche ich jetzt aus das sollte man jetzt schaffen bis zur großstrecke und diesmal vielleicht auch alleine bleiben ja ein bisschen ruhe haben ok nee ich glaube doch das schaffen wir ja könnte man zum haus zum haus doch vielleicht das schaffen wir doch doch wir sind auf einem guten weg genau ich fliege hier mal in dieses dreieck boah ja ich auch andere hängen geblieben ich gucke schon mal rein hier ist nix so also gleich weiter gar nichts da war gar nichts drin da kann hier theoretisch noch gar keiner gewesen sein weil wir haben ja kein gesehen dann ist alles im haus hier macht die tür hinter dir zu ich bin nicht im haus ich bin weitergelaufen ach so ach so okay ich habe mir die munition geholt ihr bei dem stand ist es wäre auch schön gewesen wenn da waffen drin gewesen wären wieso kann ich die tür nicht schließen scheiße ließ sich nicht schließen die letzte pop kann ist schon mal ganz nett aber die tür türen kann ich gar nicht mehr schließen so nach oben scheint es eine eine kiste zu zu sein oder irgendwo habe ich doch nichts gehört hier oben ist keine doch ich habe so eine minigun minigun was war das denn wieso habe ich jetzt hier so ein sternchen gesehen ich habe kurz nicht hingeguckt ich habe auch mein handy geschaut denn du wirst du sagen wie ein sternchen habe ich daher sehe komisch komische sache okay verbandzeug ist auch gut ja ich habe schön bist du das ich komme jetzt zu dir okay kommst du ins haus mal da kannst du erstmal ein schilddrang trinken komisch dass immer ich kann die türen gar nicht mehr schließen dann warte ich lass dich wieder raus so ja ich kann sie kann sie auch nicht öffnen kann ich es aber hat auch schließen kann ich jetzt auch aber ich kann diese nicht schließen hey danke wieder gesoffen ja das ist ein schlumpfsack damit die kleiner wirst wie bei alice in wonderland okay sollen wir zum kanischen baum ja gut oh ja guck mal das depot ist in der in der richtung ne ne geben wir mal hin was hast du denn für eine waffe ich habe die minigun die so ewig braucht bis sie feuert aber sieht sehr gewaltig aus das aufspruch am rande ich werde auch mal was groß ist in der hand halten da kann man ja verstehen so ach so das bist du gut du bist ja du bist beschildert ne ja bin ich ich habe auch noch eines maus jetzt keins ja ich habe eine pump gun ja hey sehr gut die hatte ich nämlich noch nicht willst du da noch noch dich umgucken es ist ja nicht mehr so viel zeit ja ich konnte durch wollte nur noch eine alternative zu der zu der minigun weil so ja toll finde ja so wo läufst du denn hin ach du nimmst du hier oben hier oben weil ich habe jetzt auch nur eine pappkarn und weiße kanonen ich kann dir ich kann dir eine revolver geben ja habe ich schon weiß schon oder ansonsten kommt gleich die wand und wir sind noch ein bisschen weit weg na ja und dann würde ich sagen direkt in die zone rein wir sollten uns in die richtung in die richtung arbeiten hier oben ist was grünes habe ich gesehen hier ich kann dir was geben da das zum beispiel ja das nehme ich gleich und weiter geht es in ordnung ja ja oh gott hier geht es tief runter ja ich will mir nicht wehtun ich bin runter gekommen ja ich auch genau guck mal da in die hütte vielleicht ich laufe noch ein stück weiter da ist irgendwas weiß es sind nur granaten drin gewesen vielleicht money oder so ja gibt es auch granaten die wollen wir nicht ich nehme guck mal in den lkw rein da ist aber nur eine munitionskiste okay die munition habe ich weiter geht weiter bin hinter die andere eine zweite lkw hier ist auch money und taktische schrotflinte willst du die ne ich habe eine ok obwohl wenn die grüne ist ja dann kann ich die austauschen mit der die ich habe sehr gut weiter geht's okay hier da ist eine hütte links ich glaube mal zudem ich bin hinter dir dachte da war wer was gewesen ok aber zu 300 grad da vorne kommt das depot sollen wir uns da annähern aber vorsichtig da sitzen sie ja gerne drinnen wir können erst mal hier vom hügel uns angucken so sehe ich keine die nix hier ist auch nicht hier laut trüben laufen sie auf 60 läuft einer jetzt bei 30 bei den bäumen da lang jetzt beim lkw gelaufen zwei auf 345 er ist sehr weit weg naja deswegen jetzt nicht ja ich lasse ihn wo ich wollte nur beobachten ja kommt zurück und wir müssen wir müssen in die zone der sturm kommt ich bin schon unterwegs hier rennen rolli ich sehe nur die anderen könnte gleich zum feuergefecht kommen noch haben sie mich nicht gesehen gut jetzt sind sie erstmal außerhalb der sicht also ich bin drin ja ich kann man ja ich bin sondern kann man nämlich gleich weiterlaufen wo ist die zone auch zu 1 ist ja nicht die ist richtig weit weg und richtig weit weg auf schrott dann mal los kommen wir lieber hier hinterm hügel vielleicht ich glaube ich ihr zu mir ist ein hügel der uns ein bisschen deckung gibt und wir könnten eher an dem berg rechts vorbei und an dieser hütte ich würde nicht so weit nach uns ans in süden gehen an zwischen das recht was recht habe ich falsch also ich würde sagen sie würden wir unterhalb gehen also links am see vorbei als ja ich höre schon wieder schüsse ja hier sind sie nicht lass uns mal in die hütte hier kurz gehen ja also wir sollten da südlich um den see rum ja gut hier gibt es einsatz so sehe ich keine aber die werden alle hier um den see sein und wir können uns nicht viel zeit lassen deswegen würde ich sagen hier runter ja und unterhalb des wasserfalls lang okay dann los ich kann noch eine treppe bauen ich habe mir teil mit hier ist nämlich niemand hier können wir noch zu gefahrlos durch sehr schön bin hinter dir und check deine rücken dings gut jetzt nach oben sehr gut ja hier sehe ich gleich weiter weiter laufen um das in dem wasser rum genau ich schaue gerade diese auf diesem haus vor uns aber hier ist glaube ich keiner mehr 20 sekunden bewegt sich die wand ich höre nur schüsse von vorne von vorne ich konnte das nicht genauer ausmachen sollen wir hier um links von uns ist sind welche im südwesten 240 wird gebaut irgendwas aber theoretisch müssen die genauso laufen ja da wird gebaut glaube ich ja aber die müssen ja auch weiter laufen die zone ist ja schon der sturm kommt ja schon wo bist du jetzt auch ich möchte dich nicht verlieren hinter geblieben bei dem wo bist du denn nach da ja weil die die wenn ich bin ja ist also ja dann glaube ich zu dir mit aber pass auf da oben wird ja wurde gebaut nicht dass wir noch welche warten oder da ist jemand 195 kommt jemand 210 ich habe die mini gar nicht mal ist ja ja 240 stehen gesehen da 255 des der ist jetzt ja ich sehen okay das sind 22 22 22 22 und die kämpfen auch und der sturm kommt kommt wir müssen bei uns hier ich renne jetzt direkt in die zone rein vor mir springt ich werde geschossen wo wo bist du weiß nicht ich bin tot ich bin hier ist an der hütte ich bin auch getroffen worden ja das ist es ja um so weiter du laufen musst umso schnell wirst du halt selber zum opfer ich habe keinen schuss abgegeben diesmal ich habe jetzt zumindest ein bisschen geschossen die mini gar nicht warm geworden aber das sei hinter uns noch welche kamen das ist ja nicht auszumachen ja wer weiß wo die sind durch noch aufgehalten haben steckt ja oder das war oder das war eine taktische finesse weil man weil man dann niemand dann im rücken hat wenn man genug irgendwie verband zeug vielleicht dabei hat oder schutzschild kann man das machen alles gut ja ich meine das kann aber auch schnell passieren wenn die zone da sehr am rand ja ja und geschält wird richtig wenn du guckst wir sind jetzt einmal quer durch die map gelaufen ja von daher das ist genau das passiert ja koststrecke ist direkt am anfang diesmal ich würde sagen wir nehmen diesmal wo was anderes ich würde sagen wir fliegen fast zu shopping shows genau da würde ich ja fliegen weil da gibt es auch immer mal schöne dinge ich weiß nicht ob ich das kenne aber ach doch das sind so reihenhäuser genau genau und in dem ganz linken oder in den ersten beiden von der linken seite sind immer mal kisten im keller da sind immer also da so genau gut dann bin ich gespannt das ist ja am äußersten rand wo der bus fliegt okay ja ich sehe dass ich kenne schon mal raus ich bin schon mal raus da bin ich dann schon am ende dann etwas tiefer ich glaube das müsste man jetzt schaffen aber du bist ja auch schon vor mir raus gesprungen wie ich sehe okay also links genau die die häuser die zwei häuser die auf der linken seite sind diese hat sollen wohl immer mal gutes zeug drin haben okay also auf dem dach versuche ich zu landen von dem ganz links und sturmgewehr da ist eine revolver ich schaue mich hier durch ich bin jetzt im erdgeschoss vorsicht bei dem auch hier wird geschossen ja bei mir bei mir ich bin da wo die waschmaschinen sind genau hier vorsicht die tür die tür komm hier wo ist er wo ist er ich sehe nicht hier 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 ist er ist wieder raus sie ist wieder raus hallo kommt alles alles gut alles gut sie hat mich mit der spitze gewischt ach so Mist ich bin völlig perplex weil ich keine ahnung habe wie die mich erwischt hat die ist rein und wieder raus und deswegen clever 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 na gut wir waren zu zweit das ist so das frustrierende dabei die hat doch gecheatet habe ich nichts gebacken wollte alles gut ja sagst du so ich werde jetzt nicht mit dir schimpfen nein trotzdem wir strengen uns jetzt einfach noch mal ein ok läuft die läuft eine aufnahme sich doch eigentlich ja die hatte ich vorhin mal kurz unterbrochen und läuft in der zweiten geschichte ok lucky landing wo ist hin lucky das glaube ich die tomate hier achta wir können auch direkt nach wailing woods das ist der wald mit dem vor das ist ganz am anfang genau das ist nicht ganz so drinnen wird aber einiges los sein letztes mal ok machen wir das gucken wir einfach mal und lassen uns überraschen ok dann springe ich direkt raus ja da war dann rein in die hütte da ja oder ist ok falsch in mich so ich sehe dich aber andere sehe ich gar nicht dann wollen wir den tag mal nicht vor den abend loben ja so also ich bin jetzt direkt an der hütte dran ok lande da jetzt auch ich habe es mir anders über siehst du hast es dir anders überlegt ich hoffe wir sehen uns gleich ich bin dazu der zum haus an der ecke das war so eine spontane idee ok hier mal die gegend ab weil ich hatte immer das den eindruck da in dem hier wurde gebaut in dem in dem labyrinth nicht viel zu finden also ich habe ein blaues sturmgewehr jetzt bekommen da war eine kiste ja hier ist noch eine kiste ok aber ich habe ich habe auch einiges ich bin hier so in einem turm ja in einer ecke dann komme ich einfach zu dir muss noch gucken wo du bist achtet ganz in der ecke vielleicht komme ich lieber zu dir ja ich gucke mich hier noch ein bisschen in dem labyrinth um ja sehen weil wahrscheinlich werden wir uns mehr in deiner richtung dann bewegen müssen oder wir sind beide gerade in der zone drinnen ach ja ja ok dann ist dieser turm wirklich nicht schlecht wenn du willst also ich nehme erstmal hier alle waffen mit genau und dann komme ich einfach zu dir ok weil bevor die alle zu mir kommen und mir hier ein pops versuchen habe ich auch ein bisschen angst ja ich glaube hier kann man sich ganz gut verstecken schanzen bin unterwegs hier passiert ein erst mal nix habe ich glaube aber schon dass sich das haus und turm schon abgearbeitet hat nach hier wenn man einen ein sniper hat ich bin ganz oben im turm wenn man ein sniper hätte hat man wirklich hier einen guten aus hast du schild dran hast du noch nicht habe ich nicht oder ich bring dir was mit ich habe auch nur blaue schrot und und weiß und grüne schnellfeuer bis zu unten ja ich bin derjenige der hier gerade ein bisschen lärm macht ja gut gut sturmgewehr schallgedämpfte maschinenpistole taktische maschinenpistole hast du jetzt die maschinenpistole rausgeschmissen ja ja dann nehmen sie gleich wieder weil ich habe wie gesagt ein blaues sturmgewehr das ist ganz gut ja und im wald die lesen habe ich jetzt auch niemanden gesehen also das ist da war ich relativ allein okay seltsam ne ja die frage ist halt wo sie alle abgesprungen sind genau weil wir sind ja direkt am anfang rausgesprungen wo ja dann meistens alle die meisten rausspringen da direkt hier ist nichts los können wir in ruhe zeitungen lesen und kämpfen da ist eine truhe da ist eine truhe unten hier unten irgendwo draußen hier hat er mal wie kommt man denn dahin alles nur weiß auch da war jetzt nur einen trank drin ich habe mit mehr gerechnet ich würde sagen wir können hier weit weiter gehen also das ist so richtig passiert hier gerade nichts sollen wir wir können hier auf den berg gehen der hier gleich nebenan ist okay ich nehme mir nur ein bisschen material mit ja mache ich auch hä wieso kriege ich das da nicht kriegt man das nicht wenn man wenn man diese baumaterial abbaut kriegt man das dann nicht und es kommt immer darauf ein ob das vom von der kai gesperrt worden ist da gibt es manchmal bauwerke die kannst du nicht abbauen beziehungsweise kriegst du ja nicht ja genau das wusste ich gar nicht dass man das nicht kriegt okay ich habe genug 80 holz sollten reichen also diese richtung richtiger architekt geworden ja so ein bisschen so hier ist ein fuchs guck mal ja das was er gebaut haben das aber hier ist ein bisschen ja kriegt man da irgendwas besonderes wenn man da drauf geht oder so na theoretisch sagte er gizmo wenn man die erreicht bekommt man wie so ein wieso ein bonus da sollen wir auch kisten sein und ich würde sagen einfach mal hinlaufen ja probleme aus ich schau nicht und es reicht da den zu finden oder da rein zu gehen oder was ich weiß es gar nicht deswegen einfach mal ich bin mal neugierig kaputt machen also hier drin ist nix hier ist auch nix hier ist nix beinehmern auseinander so hier ist auch nix nix gut hier ist eine waffe das ist ja schon mal nicht schlecht kann die ja mal mitnehmen so ist das ja nicht ach da war eine tür ok wir können uns jetzt weiter hier am rand weiter bewegen also die zone ist kleiner geworden wir sind immer noch drinnen aber theoretisch auch hier drinnen bleiben weil die festung ist ja nicht schlecht ja finde ich auch irgendwie dass man wieder nach oben gehen hast du da in den pump kann hingeworfen ne ne weiße sturmgewehr weißes sturmgewehr so wie kommen wir jetzt wieder hoch von außen wie sind wir denn hier hingelangt achte von da weiß ich auch nicht oder treppe bauen oder so treppe ich bin jetzt hier oben so ich habe mir ein fenster gebaut aha ein fenster versuche ich auch nach westen versuche ich das mal aber es geht geht aber nicht oder fenster ne ach da bist du ich habe hier meine aussicht wo ist das fenster ja es ist eine wand geworden eine halbe wand aber so sehe ich ein bisschen was und habe ein bisschen schutz ja ja ist ganz gut ganz gut ok eine minute 30 dann bewegt sich wieder die zone wir sind 19 19 das ist schon mal gut mittlerweile schon mal nicht schlecht ich sehe dich auch ich kann durch die Wand schauen ja ich sehe dich auch ja die Wand ist auch ein bisschen luftig durchsichtig ist sie nicht zu ende gebaut oder was ist ich habe so die kammer ich glaube wir haben das schon ein bisschen was kaputt gemacht ja ja so noch 18 leute ich habe auch erste hilfe mit cool cool ja ich habe auch vier schluck schild also wenn das nichts wird ich sehe aber auch niemanden hier ne ne was soll das bedeuten entweder das die sind die sind alle schon schlafen gegangen nicht so attraktiv ist oder oder das ok jetzt ist die Wand da aber jetzt müssen wir noch mal zwei minuten oder so genau zwei minuten haben wir zeit uns dann rüber zu bewegen zu der anderen zone richtig die ja ganz in der nähe ist also wir haben es wir haben es noch viel zeit ich bin schon mal nach unten ins erdgeschoss da wo die die tür war ich sehe hier noch zwei hütten halt daneben da können wir uns demnächst jetzt hinlaufen und auf dem weg dahin material sammeln weil wenn wir hier so kommst du hier runter oder kommst du hier runter oder bist du woanders ne ne ich komm zu dir zu den türen ja ja ich hatte dir nur ein bisschen schutz von oben geguckt dass niemand angreift ok gut dann sollten wir jetzt langsam uns bewegen ja was hast du gesagt hier sind nämlich noch die hütten hier ist eine da können wir gleich mal reingucken ach da folge mir vertrauen ich folge dir so hier ist auch niemand drin nur munition gut und dann können wir nämlich gleich in die nächste die sollte dann gleich dann sind wir nämlich fast in der zone und können uns hier am rande der zone bewegen vielleicht haben wir da relativ gute überlebenschancen sehr gut sehr gut ich guck hier rechte seite ja da ist irgendwas blaues drin ein schildrank ein großer ein schildrank den kann ich nicht gebrauchen es geht nach unten in den keller noch ein bisschen da ist noch muni und sonst sonst nichts gut dann gehen wir weiter ja gehen wir weiter so und dann gehen wir jetzt schnell in die zone jo und bringen ein bisschen ruhe rein dann können wir uns ja erstmal hierhin stellen ich gucke in die nordwestliche richtung und du guckst in die andere richtung südost da vorne ist ein großer turm aber er ist noch sehr weit weg glaube ich es sieht sehr attraktiv aus weil er sehr hoch ist aber wir haben auch kein sniper also ja wir müssen auch gucken ob das überhaupt dann schon noch in der zone ist ich glaube ja aber nur für sniper da wirklich attraktiv richtig ja was machen wir hier stehen bleiben ich würde erstmal ich würde erstmal hier verfahren bis es sowas wie ich nur noch acht leute gibt oder so weil wir treffen ja eh alle beieinander also dann gucken wir jeder in eine richtung ich guck nach nord-nordwest genau ich guck nach süden gut der berg schützt uns richtig von nordost ne von süden von westen gut gut ok ah ja stimmt jetzt südwest ich weiß mein schwager würde jetzt sagen klugscheißer mag niemand so sturm ist unterwegs acht leute acht leute noch oh das wird wieder eine enge kiste und zehn sekunden dann geht es wieder weiter glaube ich richtig und dann suchen wir uns eine neue zone wo wir uns verstecken können ein bisschen ok 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 da ist ich komm zu dir ja lass mal vielleicht hier hingehen ok ok dann jetzt kommt auf jeden fall eine truhe irgendwo zumindest habe ich das geräusch vernommen aber das ist immer ein bisschen ja ja diesmal gehe ich da nicht hin ne so hier sehe ich niemanden ich gucke nach links ja ich bin auf der rechten seite da oben läuft einer bei 255 ja oben auf dem berg sind sie ok zumindest einer ok der der sieht uns nicht mehr wir müssen weiter oder wir sollten vielleicht weiter also er baut jetzt schon mal sich ein aber wir müssen in die in die zone rein ach ja also es könnte sein dass er uns gleich abschließt ich würde sagen wir gehen hier links rein in die zone so dass wir uns durch den baum hier ein bisschen verstecken weil dann sieht ich bin drin ich bin drin und gehe unterhalb seiner seinem gebäude richtig so dass er uns nicht sieht wie mich gerade oh er schießt er schießt ja alles gut ich bin ich kann mich heilen ich kann mich heilen er kann mich er kann mich hier nicht oh ja ja soll er einfach nur mit raketen werfen ich kann mich heilen er tut mir nichts er kommt nicht an mich ran gut ich bin er kommt aktuell nicht an mich ran ich versuche mich nach oben zu arbeiten ja ob es einen ok jetzt weiß ich nicht ob es einen verließ ja ignoriere mich ah komme ich nicht scheiße alles gut bring dich in sicherheit ich komme ich schaff es nicht zu dir der schießt mich jetzt ab geh du irgendwo in sicherheit ok noch vier uuuh da fliegt einer wo da oberhalb wenn du dich nochmal umdrehst genau dort da baut er jetzt jemand vorsichtig nicht dass man dich jetzt erwischt wenn der jetzt nach oben geht hast du ja eine möglichkeit eventuell wenn der zu der waffe geht das geht auch genau bau dich ein machst du noch ein Schild ran bin ich zu hause hast du machen ja du auf der macht dasselbe wie du ich bin nicht so eine minute 20 dann müssen wir weiter gucken ob der rauskommt der musste auch runter er muss im grunde auch weiterlaufen und jetzt schießt irgendeiner mit der panzerfaust also den seine hütte geht kaputt ja er hat irgendeiner eine panzerfaust und ganz viele waffen dort oben war zu sehen das ist der oben war er oben ist gut der ist weg jetzt rechts oben wurde wahrscheinlich es kommt herunter kommen darunter es gibt also nur noch ein duo und dich und du hast noch 30 sekunden dann kommt ist der strom da ja kaum runter kann jetzt kommt nicht noch zehn sekunden sturm kommt richtige festung rechts oben ist er hat mich getroffen ein lauf lauf sucht der verdeckung du bist platz drei du hast die medaille ja ja loser hat er gemacht ich habe nichts ich habe keinen schuss abgegeben gut zweiter platz sehr gut das ist auch ein gutes erfolg für heute ja das ist ein schönes ende aber kein kein einzigen schuss abgegeben das muss man auch erstmal schaffen das muss man auch erstmal schaffen dass man nicht schießt ja 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 schade dass sie noch zu zweit waren und mit der panzerfaust dann noch bewaffnet ja das ist schon echt schwer da weil sonst hätte ich vielleicht noch chancen gehabt ja gegen diese waffen kommt man nicht an mit der grüne schrottflinte oder so nie vor allem vor allem wenn die ja zu zweit arbeiten einer immer decken kann und wie gesagt mit der panzerfaust die machen ja alles kaputt denn ja gut bei dir war das jetzt ein schuss und da warst du weg also das ist schon ja genau und ich hatte halbe halbe schild voll und volle lebensleiste also fast mehr kann man fast nicht haben eben deswegen alles gut gut gespielt ich würde sagen nächste woche sonntag machen wir das weiter da werden wir auch gizmo eventuell wieder begrüßen dürfen das wäre schön der sich gerade noch glaube auf dem heimweg befindet gizmo komm gut nach hause genau grüße gizmo komm gut nach hause richtig wir sehen uns nächste woche ich freue mich auf dich und leon und leon vielleicht auch richtig und gizmo hatte gesagt er bringt vielleicht noch jemand mit wir werden das sehen ach ja richtig und dann schauen wir einfach mal dir sage ich vielen dank es hat wieder total spaß gemacht ich mache es fertig ich denke mal dienstag vormittag wird es wieder die aufnahmen dann geben lasst ruhig ein like da lasst ein abo dabei zusammen zocken hier als blackbob oder halt bei mir bei bender schrägstrich rolli lp gr wir freuen uns auf euch auch auf eure kommentare auf eure kreativen vorschläge ob man noch was verbessern können vielen dank dass ihr dran wart wir wünschen euch noch einen schönen abend ich glaube nicht an verbesserungen möglichkeiten genau schönen abend dir rolli bis bald bis bald